Und wir tun Gutes in der Reihe. Die Bundesregierung hat beschlossen, laut Harz, man muss jeden zumutbaren Job annehmen. Holger, der einen tollen Job hat, Kfz-Meister bei Opel. Bitte kaufen Sie morgen einen Opel. Das kann man doch mal sagen, oder? Ja, ja, klar. Bitte kaufen Sie morgen zwei Opel. Am besten drei und für die Mutti noch einen mit, einen Caravan 4. Hier, sag mal noch, Caravan, einmal sag Kombi. Ich kenne mich nicht aus. Beifahrer. So. Wirklich, als ich das gesehen habe, wie du das in der Probe gemacht hast, das ist ja Wahnsinn, da werden ja Monitore bewegt. Oh, ja, so ist das bei uns im Westen. Wir machen Kurzwerbung und dann spielt Herr Bowie noch einen. Bis gleich. David Bowie, meine Damen und Herren, wir machen eine Woche Pause. Wir sind wieder da am 27. Oktober. Dann mit Gast Axel Schein. Vielen Dank. Thank you very much. Das is about the reality. rotz nicht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020